Hi ihr Lieben, heute gibt es mal nichts Süßes von mir. Und zwar habe ich für euch Karadeniz Pide Sitzu bereitet. Übersetzt heißt das Pide aus der Schwarzmeerregion. Meine beiden Eltern stammen nämlich ursprünglich aus der wunderschönen Stadt Ordu und die liegt an der türkischen Schwarzmeerküste. Dort ist diese Art Pide ein Nationalgericht und ich habe das auch noch nie irgendwo anders gegessen. Diese Art von Pide kenne ich auch gar nicht außerhalb der Türkei, gibt es hier also leider nicht zu essen, aber jetzt könnt ihr sie ja selber zubereiten. Die sind einfach nur unglaublich lecker. Das sind lange knusprige Teigschiffchen, gefüllt klassisch mit einer Hackfleischfüllung oder einer anderen Füllung eurer Wahl. Das ist aber definitiv meine Lieblingsversion. Ihr müsst das ausprobieren. Also legen wir direkt los mit den Zutaten und der Zubereitung. Starten wir mit der Hackfleischfüllung. Dafür braucht ihr natürlich Hackfleisch, Zwiebeln, Butter, etwas Sonnenblumenöl, Salz und Pfeffer und die genauen Mengenangaben sind in der Infobox. Nehmt euch eine große Pfanne oder einen großen Topf und gebt erstmal das Öl mit hinein. Danach kommt auch schon euer Hackfleisch in die Pfanne. Das wird jetzt erstmal angebraten und währenddessen immer wieder mal umgerührt und nehmt euch hierfür bestenfalls einen Holzlöffel und teilt das Fleisch auch immer wieder mal, damit sich jetzt keine großen Fleischbrocken bilden. Nach ca. 3-4 Minuten kommen die kleinen gewürfelten Zwiebeln mit hinein und werden untergerührt. Dann schaltet ihr die Hitze eures Herdes auf mittlere Stufe, deckt eure Pfanne ab und lasst die Zwiebeln angünsteln, bis sie glasig geworden sind. Bei mir hat das jetzt ca. 4-5 Minuten gedauert. Jetzt kommt noch eine ordentliche Portion Butter mit hinein und hier bitte nicht sparsam sein. Butter ist hier nämlich ein ganz wichtiger Geschmacksträger. Die wird jetzt untergerührt, bis sie sich aufgelöst hat. Jetzt wird die Füllung noch gewürzt und hierfür braucht ihr nur Salz und Pfeffer. Wer möchte, kann für eine leichte Schärfe auch etwas Chiliflocken mit hinzugeben. Dann wird das Ganze verrührt und zum Schluss gebe ich auch noch gerne einen Schluck Wasser mit hinein. Das bringt das Ganze nochmal schön zusammen. Dann ist eure Hackfleischfüllung auch schon fertig. Ihr könnt den Deckel zudecken, den Herd ausschalten und die Füllung erstmal zur Seite packen. Für den Teig brauchen wir Mehl, lauwarmes Wasser, eine Packung Trockenhefe, weiche Butter, Joghurt und Salz. Die Trockenhefe habe ich bereits mit dem Mehl in der großen Schüssel verrührt. Dann kommt noch das lauwarmes Wasser gemeinsam mit Joghurt und Salz mit hinein und die Zutaten werden kurz miteinander verknetet. Nach ca. einer halben Minute kommt jetzt noch die weiche Butter mit hinein und dann wird der Teig so lange geknetet, bis er schön weich und geschmeidig geworden ist. Ich habe meinen Teig vier bis fünf Minuten kneten lassen, dann ist er richtig schön weich und geschmeidig. Der wird jetzt auch direkt weiterverarbeitet, also wir haben keine Gehzeit. Hierfür gebt ihr den Teig auf eine gut bemehlte Arbeitsfläche, teilt ihn dann in neun gleich große Stücke und formt ihn zu Kugeln. Ich habe meinen Teig in genau neun Portionen geteilt und auf einen bemehlten Teller gegeben, dann bleibt auch nichts kleben. Dann geht es direkt los mit dem ersten Pide. Hierfür streut ihr euch reichlich Mehl auf eurer Arbeitsfläche und nehmt euch die erste Teigkugel. Die wird jetzt erstmal ganz lang ausgerollt. So, mein erster Teig ist auch schon fertig und hebt ihn auch immer wieder mal an, um sicher zu gehen, dass er von unten nicht kleben bleibt. Falls das der Fall sein sollte, dann gebt einfach noch ein bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche. Den Teig müsst ihr auch wirklich richtig schön dünn ausrollen. Der ist auch super geschmeidig und lässt sich auch problemlos ausrollen. Den könnt ihr jetzt auf euer Backblech geben und dann auf eurem Backblech mit der Hackfleischfüllung befüllen oder ihr macht das direkt auf der Arbeitsfläche. Mein erstes Pide befülle ich jetzt direkt auf dem Backblech, dann da ist jetzt noch genug Platz vorhanden. Hierfür nehmt ihr euch eure leicht ausgekühlte Hackfleischfüllung und verteilt sie in der Mitte gleichmäßig auf eurem Teig. Jetzt kommt noch das E-Tüpfelchen und zwar kommen kleine Butterflöckchen in die Mitte. Das hebt das Ganze auf ein anderes Level. Also ich würde die Kalorien hier wirklich nicht einsparen. Lasst die Butter nicht weg und gebt kleine Flöckchen in die Mitte. Dann wird der Teig jetzt verschlossen und hierfür drückt ihr ihn an den Seiten fest. Ich zeige euch das hier einmal. Also ganz vorsichtig einfach den Teig an den Seiten anheben und dann mit den Fingern leicht andrücken. Dann könnt ihr ihn entweder zur linken oder zur rechten Seite kippen lassen, also den überstehenden Teig. Und dann ist euer Pide auch schon fertig. Dann geht es direkt weiter mit Pide Nummer 2 und hierfür wird die Arbeitsfläche wieder reichlich bemehlt. Dann nehmt ihr euch die zweite Teigportion und die wird wie vorhin schön lang und dünn ausgerollt. Diesmal habe ich meinen Pide direkt auf der Arbeitsfläche befüllt. Also nehmt ihr euch die Hackfleischfüllung, verteilt sie gleichmäßig in der Mitte und dann kommen die kleinen Butterflöckchen oben drauf. Der Teig wird dann von den beiden langen Seiten in der Mitte hin verschlossen und diese Version nennt man Körperle Pide, also übersetzt geschlossenes Pide. Es gibt auch Atschig Pide, wo die Mitte frei bleibt und manche geben beim Backen gerne noch ein oder zwei Eier in die Mitte oben drauf. Das schmeckt auch super lecker, aber mein Favorit ist die geschlossene Version, denn dann bleibt das Fleisch auch in der Mitte richtig schön saftig. Dann könnt ihr euer geschlossene Pide auch vorsichtig auf euer Backblech legen und so macht ihr dann weiter, bis ihr euer Backblech komplett befüllt habt. Die Hackfleischfüllung reicht für genau 6 Pide, deswegen befülle ich die restlichen noch mit anderen Zutaten. Hier zum Beispiel mit geriebenem Goudakäse und klein geschnittener Knoblauchwurst. Das ist die Lieblingsversion von meinem Sohn. Dann gibt es noch eine Version genau wieder mit Käse, aber dafür mit Salami-Stückchen. Ihr könnt das Ganze natürlich auch vegetarisch zubereiten oder mit Feta-Käse befüllen, also da sind euch keine Grenzen gesetzt. Wer aber alle jetzt mit der leckeren Hackfleischfüllung befüllen möchte, kann die Zutaten natürlich jetzt dementsprechend anpassen. Und wie ihr das machen müsst, schreibe ich euch in die Infobox. Wenn ihr auch euer fünftes Pide zubereitet habt, dann sollte euer Backblech jetzt voll sein. Das kommt in den auf 270 Grad Ober- und Unterhütze vorgeheizten Backofen ins untere Drittel für ca. 10 Minuten, bis die Pide eine leichte Bräunung erhalten. Meine Pide waren für ca. 10 Minuten im Backofen und haben eine leichte Bräunung erhalten. Genauso sollen sie aussehen, also lasst sie nicht zu lange im Backofen, sonst werden sie nämlich viel zu knusprig. Und da wir heute mit den Kalorien auch überhaupt nicht sparsam sind, kommt auf die heiße Pide jetzt noch eine leichte Schicht Butter obendrauf. Das ist dann der krönende Abschluss und ich kann euch nicht beschreiben, wie es gerade duftet. Dann sind eure Pide auch fertig und müssen auch direkt heiß serviert werden. Ich schneide die warmen und knusprigen Pide mal für euch an, damit ihr sehen könnt, was sich im Inneren verbirgt. Und ich weiß ganz genau, welcher Geschmack gleich auf mich zukommt. Also meine Vorfreude ist schon mal riesig. Hier könnt ihr sehen, dass diese Hackfleischfüllung richtig schön saftig ist und ihr braucht wirklich nur die Zwiebeln, Salz und Pfeffer. Das reicht vollkommen aus. Die Butter da drin verschmilzt richtig mit den Zutaten und diese ganze Kombination ist einfach wahnsinnig lecker. Ihr solltet die Pide auch wirklich noch heiß genießen. So schmecken sie am besten. Also probiert dieses Rezept unbedingt mal aus. Ich bin mir sicher, ihr werdet davon begeistert sein. Wenn es etwas gibt aus meiner Kindheit, vor allem jetzt auch aus meinen Urlauben in die Schwarzmeerregion, also in die Stadt Ordo, dann ist es dieses Pide. Schon seit meiner Kindheit bin ich verrückt danach und jetzt habe ich ein Rezept für mich gefunden, was wirklich eins zu eins wie das Original schmeckt. Hier könnt ihr auch nochmal die Version mit dem Käse und der Knoblauchwurst sehen. Ist natürlich auch eine super Alternative, aber mein Favorit ist und bleibt die Version mit der Hackfleischfüllung. Probiert sie aus und schreibt mir dann gerne, wie sie euch geschmeckt hat. Vor allem jetzt auch ist der Fastenmonat und da könnt ihr euren Liebsten auch eine Freude bereiten und diesen leckeren Pide auftischen. Schreibt mir dann, wie sie euch geschmeckt haben und schickt mir auch eure Fotos gerne über meinen Instagram-Account RocksBakery. Darüber freue ich mich jedes Mal und dann würde ich mich natürlich auch über einen Daumen hoch und ein Abo freuen, falls euch das Video gefallen hat und hoffe, dass wir uns auch bei meinem nächsten Video sehen. Bis bald!